Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 7. November 2024. Tag 2 nach den historischen Wahlen in Amerika. Natürlich reden wir auch noch einmal über Donald Trump und was da passiert ist. Das ist epochal, das ist historisch, das wird uns alle betreffen. Es wird die ganze Welt verändern, aus meiner Sicht zum Guten. Ja, Dominik, fangen wir mal an. Deine ersten Eindrücke oder die wichtigsten Punkte, seit jetzt das Ergebnis durchgekommen ist. Was ist dir aufgefallen? Ja, zwei Sachen. Einerseits ist es schon erstaunlich, was er für eine Koalition gebaut hat. die republikanisch gestimmt hat. Das hat es, glaube ich, noch gar nie gegeben. So Anklänge, glaube ich, in den Reagan-Jahren. Er hat auch Arbeitnehmer erreicht, die für ihn gestimmt haben, aber seitdem, glaube ich, nie mehr. Es ist unglaublich, wenn du die Zahlen anschaust, wie viele Hispanics insbesondere er erreicht hat. Wie viele Frauen, wie viele Schwarze und nicht nur Männer, natürlich mehr Männer, aber nicht nur Männer er erreicht hat. Das ist wahnsinnig und das ist, glaube ich, eine katastrophale Fehleinschätzung von den Demokraten gewesen. Auch von den Medien natürlich. Es ist möglich, dass Hispanics automatisch aufgrund ihrer Identity nicht für einen weissen alten Mann aus New York stimmen oder schwarze, auf keinen Fall Trump stimmen. Es stimmt einfach nicht. Es waren andere Sachen wichtiger als irgendwelche Identitäten. Die Koalition ist wirklich über Ethnie und über Rassen raus. Es ist eine richtige amerikanische, rassenblinde Koalition. Und das ist eigentlich auch eine positive Message an das Land, dass man sich bei anderen Themen wirklich zusammengefunden hat. Und dass die Strategie, die Gruppen auseinander zu dividieren, offenbar nicht funktioniert hat. Genau. Und vor allem, du hast es schon gesagt, einfach schon beim Geschlecht nicht. Was hat man alles gesagt, was die weissen Frauen jetzt die Wahl entscheiden müssen. Und irgendwelche linke Frauen haben dann gesagt, die Frauen müssen uns retten vor Donald Trump. Linke Frauen. Es muss einfach mal aufhören, dass man das Gefühl hat, ich bin Frau und dann ist es links. Und alle, die auch Frauen sind, müssen links stimmen. Hört mal auf mit diesem Schrott. Und das hat wirklich die Wahl ganz, ganz deutlich gesagt, die totale Niederlage von dieser Identitätspolitik von den Demokraten, von den Linken, die bei uns ja auch am grassieren ist, die einfach nichts mehr mit Politik zu tun hat, sondern alles mit Rassismus und Sexismus. Die Leute, die am meisten heulen über Rassismus und Sexismus, sind eigentlich die grössten Sexisten und Rassisten. Also zum Beispiel einfach bei den Männern. 42% der Männer haben Harris gewählt und Harris hat 55% der Frauen gemacht. Trump hat 45% der Frauen gemacht. Das ist sehr, sehr viel. Es ist überhaupt nicht ein riesiger Gender Gap, wo man zuerst gesagt hat, 53% der Männer haben nachher Trump gewählt. Bei den Weissen, Trump, 57% haben Trump gewählt. Bei den Schwarzen, das ist sensationell, 13% der Schwarzen haben Trump gewählt, 85% haben Harris gewählt. Das ist sehr ein schlechter Wert für sie, die selber eine Schwarze ist. Und das sind jetzt noch schnell, dass ich das nicht falsch sage, das sind alles Exit-Polls, also nach der Wahl, Umfragen nach der Wahl. Und es sind nur Key-States. Also das sind jetzt einfach die wichtigen sogenannten Swing-States, die eben die Wahl entschieden haben. Vielleicht noch die letzte Zahl, was Herkunft betrifft. Und das ist auch unglaublich, oder? 46% der Latinos haben Trump gewählt. Also ich meine, das ist eine unglaubliche Veränderung. Der Biden hatte da noch irgendwie 70% von den Latinos, wenn es mir recht ist, oder auf jeden Fall sehr viel mehr, als Harris geschafft hat. Das ist ganz sensationell. Und es ist genau so, wie du sagst, es ist eine breite Koalition, die sich nicht definiert über Herkunft oder Geschlecht, sondern über Interessen. Über politische oder materielle Interessen, so wie es in der Politik immer war. Und das ausgerechnet die Linken, die Karl Marx einmal für das Evangelium gehalten hat, kein Verständnis mehr davon hat. Dass halt Arbeiter schauen, wie geht es mir jetzt und wie ist es mir gegangen vor vier Jahren. Und ich komme zum Schluss, es geht mir schlechter unter dieser Politik von Joe Biden und Kamala Harris, die immer sagen, es sei für mich besser, aber es geht mir eigentlich besser unter Trump. Deshalb wähle ich Trump, dass man kein Verständnis mehr hat für solche banale Begebenheiten der Politik. Das zeigt eigentlich, wie weit, wie weit weg Demokraten sind vom normalen Politbetrieb. Und Ähnliches können wir ja bei uns, bei den Linken, auch beobachten. Ja, und ich habe zum Beispiel eine Analyse gelesen von Karl Rove im Wall Street Journal, wo das auch sehr rausschafft, oder wie Demokraten irgendwo durch ihn auch selber geschuld sind an dem. Und ich habe noch eine andere Zahl, das ist mir hängen geblieben beim Wall Street Journal, auch aus den Exit-Polls. Die Demokraten haben ja ganz am Schluss die Gefahr von Trump für Demokratie rausgehoben, haben das Gefühl, mit dem mobilisieren sie noch ihre Leute und gewinnen dann, oder? Und gemäss Exit-Polls haben auch viele Leute auf das angesprochen. Aber die Hälfte von denen, die gesagt haben, Demokratie ist ein wichtiges Thema beim Abstimmen, die Hälfte von denen haben dann republikanisch gewählt, offenbar. Das heisst eben, mit dem hat man die Leute auch nicht abgeholt. Und noch ein weiterer Punkt, wie die Demokraten wirklich in sich gehen müssen, wenn sie überhaupt je wieder eine Chance haben wollen, oder? Da geht es nicht nur um Wirtschaft, es geht auch darum, wie sie den Trump selber wieder gross gemacht haben. Mit all diesen Verfahren, diesen Impeachments, diesen Kommissionen, diesen Anklagen, dieser Lawfare, auch wie sie umgegangen sind mit diesen Themen, haben sie faktisch, sie haben immer das Gefühl gehabt, diesen Dämonen, den besiegen wir dann, weil Joe Biden hat ja auch gewonnen. Aber genau das hat ihn immer stärker, immer grösser und immer wichtiger gemacht. Ich muss schon sagen, sie haben sich diese Niederlage auch wesentlich selber eingebrockt. Absolut, also das ist völlig klar, weil vor vier Jahren, sind wir ehrlich, hat niemand damit gerechnet, dass Donald Trump wiederkommt, also ich auch nicht. Und die Prozesse haben ihm sicher geholfen. Aber ich glaube, was wirklich auch sehr, sehr wichtig war, ist eben, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es war eine schlechte Politik. Joe Biden hat keine gute Politik gemacht, er hatte eigentlich vier Jahre Zeit, um eine gute Politik zu machen. Er hätte eigentlich nur mehr so einen normalen, zentristischen Ansatz bringen, à la Bill Clinton, und dann wäre er mit Fahnen, mit Trompeten und Fahnen wiedergewählt worden, das wäre gar kein Problem gewesen. Aber er hat von Anfang an einen Pakt gemacht, eigentlich mit dem Teufel, nämlich mit der ganz Linken in der demokratischen Partei, unter anderem Bernie Sanders, ein Kommunist eigentlich, muss man glauben, würde sagen, wo fast, fast nominiert worden wäre in der Partei. Das zeigt ja, weil die Partei hat ein bisschen den Verstand verloren. Die haben wirklich das Gefühl, wenn man Tamara Funicello bringt, dann gewinnt man, dann gewinnt man eine Mehrheit. Ihr müsst ja immer das ein bisschen so vorstellen, die SP in der Schweiz, die bringt es mit einer recht extremen, mit einer recht linken Politik auf 16%. Das ist sehr wenig 16%. Mit 16% wird er nie Präsident in Amerika. Also da könnt ihr euch mal vorstellen, wie stark eine Partei in Amerika muss in die Mitte, wenn sie 50% bekommen will. Jetzt unsere linke SP, wenn die Tamara Funicello, die eine von den Linksten ist, von der SP würde nominieren, was hat das Gefühl, wie viele Stimmen macht ihr da? Da macht ihr 10%. Und das haben eigentlich die Demokraten jetzt gemacht, weil Kamala Harris hat schon einen Grund gehabt, warum sie nie darüber geredet hat, wo sie steht. Weil die Leute gewusst haben, oder weil sie selber gewusst hat, dass sie sehr, sehr linke Ansichten hat, typische kalifornische Ansichten, woke Ansichten, die überhaupt nicht populär sind. Und das zeigt auch wieder ein bisschen Perversion von solchen Politikern, die eigentlich wissen, wir vertreten Zeuge, die niemand will, oder nur ganz wenige. Und wir wollen trotzdem eine Wahl gewinnen, wo wir eine Mehrheit brauchen, also 50%. Also reden wir einfach nicht darüber. Wir tun das verstecken und hoffen, dass die Leute nicht merken. Was ist das für eine komische Vorstellung von Demokratie? Es ist doch ganz banal. In der Demokratie musst du das bringen, was der Wähler will. Das ist ja der Witz. Das ist ja, deshalb haben wir das System. Sonst können wir ja wieder einen König einsetzen, der einfach seine persönlichen Hobbys und Vorlieben durchsetzt und sagt, das ist jetzt halt Gesetz und alle Untertanen müssen folgen. Aber wenn es nach Demokratie geht, ist es ganz einfach. Du musst eine Mehrheit haben für das, was du willst, bringen. Und das heisst, am besten hörst du mal zu, was der Wähler will. Und da muss ich auch sagen, da bin ich bei dem Karten, also das ist erschütternd. Ich meine, seit drei Jahren haben die Amerikaner in allen Umfragen gesagt, Inflation finden wir nicht gut. Die Immigration, und da betone ich, die illegale Immigration wollen wir so nicht. Und drittens, wir wollen nicht so viel Krieg oder vor allem nicht so viel Krieg finanziell unterstützen. Der Trump, der ein Unternehmer ist, eben nicht ein Berufspolitiker, hat eigentlich nichts anderes gemacht. Er hat einfach zugelassen, was die Leute wollen. Und dann hat er es gebraucht. Das zeigen jetzt alle Exit-Polls, wo man dann fragt, welche Themen für euch wichtig waren, dass der Trump genau spot on, er ist genau auf den Themen gewesen, wo die Leute am meisten beschäftigen. Ich habe eine Grafik gesehen von Pennsylvania. Pennsylvania war ganz entscheidend als Swing State. Das war der, wo er gekippt ist, in der Wahlnacht, wo Pennsylvania nachher verkündet worden ist, dass das Trump ist. Ist die Wahl eigentlich gelaufen gewesen? Da hat man es gewusst. Schaut euch das mal die Grafik an. Ich bringe sie mal an im Memo. Dort ist es ganz offensichtlich, die Ökonomie ist das Hauptthema. Das Hauptthema. Das zweite Thema ist Migration. Und ganz viel weniger wichtig ist Abtreibung. Viel, viel weniger wichtig. Und das sind Umfragen, wo die Frauen im Fall auch Ja sagen. Aber auch schon diese sexistische Vorstellung, dass Frauen reduziert darauf, dass sie das Recht haben, ein Kind umzubringen in ihrem Bauch. Wie pervers ist denn das, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich das wichtigste politische Anliegen von den Frauen, was eigentlich eines von den schwierigsten Anliegen ist, die man überhaupt haben kann. Und zwar für Männer und Frauen. Es ist nämlich auch nicht einfach ein Frauenthema, das muss man dann auch noch mal betonen. Aber wie gesagt, das Hauptthema, das war das einzige Thema, das Terrorist eigentlich inhaltlich Stellung genommen hat. Abtreibung. 14 Prozent, wenn es mir recht ist, in Pennsylvania, haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema. Ja, und ich meine, das ist auch eine völlige Fehleinschätzung. Es gibt viele Hispanics, es gibt viele Schwarze, die die Abtreibungsfrage gar nicht unbedingt so beantwortet wie die Demokraten. Das kommt noch dazu. Ich möchte noch einen Aspekt aufgeben, nämlich die Reaktion in der Schweiz, in den Medien, aber auch in den sozialen Medien, bei Politiker. Auf nebelspalter.ch haben wir das auch gesammelt. Ich meine, lustig finde ich jetzt das Trump-Derailment-Syndrom, das ist wirklich in der Schweiz, bei bürgerlichen vor allem, weit verbreitet. Also Frau Schneider-Schneider oder sogar Georg Häsler in der NZZ sagt jetzt heute, ja, wir müssen jetzt halt mit der EU zusammenschaffen oder wir müssen zusammen mit, es gibt sogar Äusserung, zusammen mit der EU müssen wir jetzt einen Gagapol zum Trump bauen. Und das ist, das ist Wahnsinn. Es ist Verkennung der Fakten, Verkennung der wirtschaftspolitischen Ideen, Ziele von einer republikanischen Regierung, Verkennung, Verkennung der Chancen, die die Wahl für uns gibt und auch von der real existierenden Europäischen Union, die nicht im Traum wie die Brüssel je auch nur annehmen und den Gegenwart will können sie zu Amerika. Ja gut, und es ist natürlich auch, es ist ja übergeschnappt. Ich meine, als hätten jetzt die Europäer noch auf die Schweiz gewartet, oder? Also wüssten wir jetzt mehr Schweizer, den Georg Häsler. Der Georg Häsler muss jetzt also schauen, dass die grosse Union zwischen der Schweiz und der EU-Destand kommt, damit wir das gegen die Gewicht hätten. Also so hat das nicht geschrieben. Also meine, Entschuldigung, also in welcher Welt lebst du eigentlich? Wir sind ein kleines Land. Niemand interessiert sich für das Land. Hört mal auf, der Kleinstaat ist ein Kleinstaat. Wir fahren gut in dem Kleinstaat, aber bildet euch ein. Wir haben irgendeine Bedeutung auf dieser Welt. Wir haben null Bedeutung. Und es ist völlig egal, was wir eigentlich machen. Das ist übrigens auch der Grund, warum es uns so gut geht, weil wir einfach in Ruhe gelassen werden. Das ist mal das Erste. Das Zweite, genau was du sagst. Er ist noch in Deutschland die Regierung gestürzt. Die haben also, der Zustand ist jetzt dort genau gleich wie in Frankreich. Nämlich keine Regierung mit einer Mehrheit. Das ist ja unglaublich. Die politischen Systeme gehen kaputt in Frankreich und Deutschland. Genau aus dem gleichen Grund übrigens wie in Amerika. Noch hat es Amerika ein anderes System, wo hätte das können auffangen. Und ein Jump vor allem auch, wo das hätte können auffangen, während in Deutschland und in Frankreich es nicht geht. Also wer da noch das Gefühl hat, wie die Elisabeth Schneider, Schneider, wo auch ein von den renommiertesten der Geopolitikerin ist zwischen Washington und Peking. Wer da das Gefühl hat, dass die EU jetzt da noch eine grosse Rolle könnte spielen, um Trump, den Bösen, einzudämmen. Und ich meine, sie ist noch Präsidentin von der Basler Handelskammer. Ja, also ich meine, Amerika ist der wichtigste Handelspartner mit Abstand für die Pharmaindustrie. Ich weiss jetzt auch nicht unbedingt, ob jetzt das wirklich ein Interesse ist für die Pharmaindustrie, dass ihre politische Vertreterin Elisabeth Schneider-Schneider so rumgepackt, wie das schlimm sei. Also ich würde jetzt das sagen, also mir könnte das auch noch einfallen, dass ich das mache, dass man dem neuen amerikanischen Botschafter mal einen Hinweis gibt und sagt, schau doch mal, Donald, schau doch mal, wie die amerikanische Öffentlichkeit auf die Schweizer Pharmaindustrie zu sprechen ist, die da so recht gute Geschäfte macht. Also ich meine, die ist ja nicht mehr ganz. Packen, geht es deren eigentlich noch? Das ist ja unglaublich, wie da sich Nationalrätinnen aufspielen, als wären sie da wahnsinnig wichtig, aber vor allem auch uns eigentlich. Schadet der Pharmaindustrie ganz eindeutig. Ja, ich finde es wirklich extrem. Und die, also sie ist in der Aussenpolitischen Kommission, sie ist einmal Präsidentin gewesen. Weisst du, es ist wirklich verrückt, was da abgeht. Und ich meine, das ist weit verbreitet, auch bei anderen Journalisten-Kollegen, oder? Also ich habe da ein paar Köpfe gesehen im Medienzentrum, wo, weisst du, da hast du gemeint, der Weltuntergang steche ich jetzt gerade ins Haus. Oder du hast ja einen Club gehabt mit dem Daniel Binswanger und so. Ich meine, das ist wirklich, es ist jetzt der Satan an der Macht dort, oder? Und wir können uns fast nicht retten. Und es ist einfach, es ist auch ein völlig verquere Verständnis von unserer Beziehung, wo extrem gut ist. Du hast gesagt, oder? Wir machen sehr. Das ist die wichtigste, wenn du Länder nimmst, ist es der wichtigste Handelspartner überhaupt von der Schweiz. Es ist nur, wenn man die EU zusammennimmt, dann ist die EU noch ein bisschen wichtiger, oder? Und es ist ein Handelspartner auf Augenhöhe, das muss man auch noch sehen. Und es ist ein Handelspartner, wo wir gute Erfahrungen haben, weil er uns nicht irgendwelche Gesetze und Rechte dort aufoktroyieren und dann muss man irgendwie in die Brüsseler Fänge müssen wir kumpen. Zu den Ursula von der Leyen, wo die grosse, ich meine, Brüssel macht ja genau die Politik, du hast es angetönt, die jetzt in den USA abgestraft worden ist. Brüssel macht das. Deutschland macht das. UK ist auch voll dran, oder? Und alle die Regierungen, die Linksregierungen, die werden früher oder später abgestraft werden, weil sie auf dem falschen Dampfer sind und nicht liefern. Ich meine, den Dragibbericht und so weiter haben wir alles besprochen. Und das ist eine Katastrophe und genau in diese Katastrophe will man sich, die will man umarmen. Das ist grossartig. Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, oder? Elisabeth Schneider-Schneider ist ja formell zumindest keine Linke, das ist eine Mitte-Politikerin, aber es ist eben wirklich die Tragödie von Europa, dass es nicht nur die Linken und die Linksliberalen geht weit in die bürgerliche Mitte, die komische Vorstellung von Technokratie, wo eine Elite, die es besser weiss, eine Politik macht, die nachher die Bevölkerung abnicken und schlucken soll und eigentlich nichts zu sagen hat. Und das sieht man ja ganz stark bei der Klimapolitik. Und der ganze Green New Deal, die jetzt unter anderem dazu führt, dass die deutsche Automobilindustrie heute BMW bekannt gibt, dass sie einen Gewinneinbruch haben, wenn es man recht ist, von 80 Prozent. Das ist wahnsinnig. Also die sind richtig in der Krise. Sie sind natürlich vorsichtig, sagen nicht ganz genau warum, aber ein Grund ist die ganze Klimapolitik der EU. Und die EU kann eine Politik machen, die den Wähler ja eigentlich nie richtig sich äussern kann. Das hat ja zu tun mit dieser komischen Konstruktion, wo die EU ist, wo eben verschiedene Mitgliedsländer sind und wo eigentlich Wahlen, die wirklich eine Rolle spielen, nur in den Nationalstaaten stattfinden. Und so kann eigentlich eine Politik, die in der EU beschlossen wird, die wird beschlossen mit der Mehrheit der Mitgliedsländer, ohne dass die einzelnen Wähler in diesen verschiedenen Ländern sich sachlich, materiell äussern zu dieser Politik. Und wir haben es in der Schweiz auch erlebt, die Klimapolitik, die die linksliberale, verliebte, in den Klimauntergang verliebte Eliten will, die ist nicht mehrheitsfähig. Jetzt kann man das beklagen und behaupten, die Welt geht unter wegen dem. Ich glaube es nicht. Aber es ist eindeutig, dass das Volk, und das ist einfach die Mehrheit der Leute, auch viele intelligente Leute, wollen das nicht. In Amerika, im Juni, das ist ja auch etwas, was viel zu wenig berichtet wurde, ist in Europa natürlich selbstverständlich. Im Juni hat die Regierung Biden die Vorschriften für Emissionen für Autos auf eine Art verschärft, und zwar eben über die EPA, das ist das Bundesumweltamt, das eigentlich, ohne dass der Kongress überhaupt etwas dazu zu sagen hatte, das ist wie in der Schweiz, wenn man eine Verordnung macht, hat der Präsident eine Verordnung gemacht, wo faktisch, wenn man es dann genau anschaut, rausläuft, auf ein Verbrennungsmotor, verboten im Jahr, wenn es mir recht ist, 2030 oder 35, also das Gleiche, wie die EU einfach beschlossen hat, über die Köpfe von den Leuten hinweg. Jetzt schaut mal, wie Michigan gestimmt hat, wie die gewählt haben. Michigan ist ein alter, alter, demokratischer Staat, wo immer demokratisch gewesen ist, oder fast immer demokratisch gewesen ist, weil da viele Arbeiter leben, dort ist Detroit, dort ist ja die ganze Automobilindustrie, wie haben die gestimmt? Die haben selbstverständlich für den Jump, weil die ganz genau wissen, wir wollen nicht, dass der Verbrennungsmotor verboten wird, deshalb wählen wir jetzt Jump. Und das ist da, wo in Europa, und das jetzt wieder zurück zu der Frau Schneider, Schneider, nicht kann vorkommen, weil das System ist vollkommen unfähig, umzugehen mit einem Wählerwillen, weil es gibt keinen Wählerwillen, es gibt keinen europäischen Wählerwillen, den sich ausdrücken kann. Deshalb ist das eine unglaublich gefährliche Organisation, ich sage es euch, es ist eine gefährliche Organisation, es ist nicht nur eine Organisation, die undemokratisch und untauglich und nicht erfolgreich ist, nein, es ist auch gefährlich, wie sie die Leute übergeht und wenn man anfangen mit den Krokodilstränen, die Le Pen wird so stark, die AfD, die Nazis werden so stark, das ist Quittung für ein System, das nicht demokratisch ist. Und dann, wie du richtig sagst, wenn nachher Politiker in der Schweiz das Gefühl haben, Trump ist ein Unglück, ja, dann muss ich sagen, hey, wandert aus, wenn ihr nicht einmal die Grundzüge von einer Demokratie versteht. Warum sind ihr Schweizer Politiker? Geht doch in den Kongo, könnt euch dort wählen lassen, dort wird man gewählt von irgendeinem Präsidenten, der korrupt ist und von unserer Entwicklungshilfe lebt. Geht doch dorthin, ihr müsst nicht in der Schweiz sein, wenn eine Demokratie nicht versteht. Ja, wir müssen noch kurz über Deutschland reden, was läuft da? Und ich meine, das ist ein, neben dem wirtschaftlichen Zusammenbruch hat Deutschland jetzt auch noch politisch abgewirtschaftet. Das ist eine Regierungskrise, wo ich mich, also, wo ich mich nicht besinnen kann, dass es auf diese Art gegeben hat. Sogar die Regierungswechsel hier in den 60er Jahren und so, oder das letzte Mal das konstruktive Kanzlerreferendum, wo der Helmut Kohl abgemacht kam, das war alles viel eleganter. Das jetzt ist ein richtiger Krach. Sie gehen aufeinander los und Neuwahlen sind irgendwie erst Ende März heisst es, ich meine, das ist ein, du hast es vor der Rat ein Land ohne Regierung, weil er muss eben noch, hat der Kanzler Scholz gesagt, dringend noch Gesetze durchbringen, unter anderem für die Industrie, wir müssen jetzt dringend noch etwas machen, jetzt, wo es vorbei ist fast. Genau, also, vielleicht eben, man muss ja nicht dramatisieren zu fest, aber du hast vollkommen recht, seit die Bundesrepublik gibt, ist das noch nie vorkommen. Wir hatten einmal eine Vertrauensfrage und das ist ja dann ein bisschen kritisiert worden, in der Verfassung, soviel ich weiss, gar nicht vorgesehen ist oder ich weiss jetzt auch nicht, im Grundgesetz, das heisst ja nicht Verfassung in Deutschland, aber das war, wo der Kohl dann an die Macht kam, weil die FDP eben die Koalition aufkriegt hat mit SPD, das war ein konstruktives Misstrauensvotum, das war ein bisschen unsauber, jetzt weiss ich gar nicht, ob da, wo jetzt der Scholz mit der Vertrauensfrage machen wird, ob das grundgesetzgemäss ist, ist ja eigentlich egal, es ist einfach dramatisch, es sind Zustände sicher noch nicht so schlimm wie der Weimarer Republik, hören wir auf, für die Weimarer Republik, dass man nie recht gewusst hat, wer ist da eine Regierung und wie lange ist die im Amt und die Ampel, also die ist jetzt immer, das ist drei Jahre im Amt, hat vollkommen abgewirtschaftet und jetzt ist sie eine ohne Mehrheit im Bundestag, also ganz eine dramatische Situation, aber wie, wir haben es vorher besprochen, eigentlich die Ursache genau das Gleiche, genau das Gleiche wie das, was jetzt in Amerika zu einer Revolution geführt hat, dass wir Parteien haben, die sehr, sehr lange einfach ihre Hobbys pflegen, die die Wähler nicht wollen, und ich meine, das ist natürlich bei Deutschland, das sind ja die Grünen, die Grünen ist eine von den elitärsten Parteien, lustigerweise natürlich auch die Partei, die am meisten von den deutschen Journalisten unterstützt wird, die nächste Umfrage, die ich jetzt gerade heute angeschaut habe, 40% von den deutschen Journalisten sind grün, das müsst ihr euch mal vorstellen, und das ist eine Partei, die eigentlich höchstens etwa 10% noch von den Leuten anspricht, zur Zeit, also das ist eine extreme Minderheitspartei, mit Minderheit anliegen, und dann muss man sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert, dass dann immer mehr Leute finden, hey, das möchte ich nicht, und die FDP ist natürlich die Partei, die es jetzt am meisten gemerkt hat, weil die jetzt drei Jahre lang eigentlich hat eine Politik machen müssen, die ihre Wähler gar nicht wollen, das ist jetzt einfach eine rot-grüne Regierung gewesen, mit einem kleinen freisinnigen Einsprengsel, aber der Christian Lindner, den ich eigentlich einen guten Politiker finde, ich schätze den, ich finde den gut, der hätte sich überhaupt nicht durchsetzen können, der hätte müssen gehen, bevor es die Partei einfach vollkommen pulverisiert, also die Zustände, die wir sehen in Europa, sind eigentlich gerade, das ist wirklich ironisch, das ist Bestätigung dafür, dass das, was in Amerika passiert ist, viel, viel besser ist, zeigt, dass die alte Demokratie Amerika, der Europäische, völlig überlegen ist, weil da kann man noch Politikwechsel erzwingen, mit einem Stimmzettel, da haben die Leute jetzt sagen können, nein, wir wollen diese elitäre Politik nicht mehr, von den Demokraten, die aber auch sehr viele Republikaner immer mitgemacht haben, wo eben in der Migration komische Vorstellungen, in der Wirtschaftspolitik, die nicht funktioniert, da haben die Leute sich wehren können und so muss es sein, so wie bei uns in den Volksabstimmungen, du kannst sagen, ich möchte jetzt eine dritte Rente, das hat mich auch gestört, oder ich möchte eben zum Beispiel die Reform des Gesundheitswesens nicht, wie sie jetzt irgendwie von der SBA gestrebt worden ist im Sommer, das ist ganz wichtig in der Demokratie und das ist passiert in Amerika und das passiert in Europa nicht und die Leute, ich sage es noch einmal, die in der Schweiz sitzen und das Gefühl haben, also unser Heil ist dann gerade in einem engen Verbund mit Europa, die haben ja krass eine Tasse im Schrank. Vielleicht noch schnell eine kurze Reaktion, die ich auch so herzlich finde, der Cedric Wirmut, auch ein grosser Geopolitiker zwischen Washington und Peking, der ist jetzt auch erschüttert über die Wahlen in Amerika und er leider nicht hat, er ist nicht gefragt oder was er dazu meint, vielleicht hätte die Amerikaner vielleicht ein bisschen anders abgestimmt, wenn es Cedric noch gehabt hätte, der ihnen gesagt hat, was sie machen sollten. Er sagt, ein verurteilter Sexualstraftäter wird der mächtigste Mann der Welt und jetzt kommt es, es ist wirklich so herzig, wie sie so, er ist ja, der Cedric Wirmut ist ja ein guter Politiker, aber er ist ein Macho, Entschuldigung, er ist ein Macho, er muss nicht so kommen, dann sagt er, liebe Väter, bitte redet mit euren Söhnen, erklärt ihnen, dass das nicht gut ist, dass das nicht nochmal ist, dass das nicht sein darf, das wird jetzt sehr, sehr wichtig. Je, also mehr gehüchelt hat, der Cedric Wirmut in seinem Leben auch schon lange nicht mehr. Und dann, was halt auch noch peinlich ist, ist, wenn die nicht einmal die Fakten richtig haben, der Donald Trump ist nicht verurteilt worden wegen irgendeiner Sexualstraftat, sondern er ist wegen angeblichen, angeblichen Geschäftsgebaren verurteilt worden, wo ein Problem solltet sein, was darum gegangen ist, dass er sogenanntes Hashmoney für einen Pornstar hat verbergen und so weiter. Also es hat nichts zu tun mit Vergewaltigung oder mit sexueller Belästigung, wo wir ganz andere Kandidaten haben in Amerika, die für das in Frage kommen. Also auch das ein bisschen peinlich, wenn man schon seinen Sohn, ich weiss nicht, wie viele Söhne er hat, die er jetzt da belehren kann, also wenn man schon seinen Sohn gut ausbilden würde, dann bitte das erste ist einmal Fakten treu. Fakten treu ist wichtig, übrigens auch bei den Politikern. Also ein bisschen ein peinlicher Kommentar von Cedric Wirmut. Ja, Abstimmung ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen noch schnell über das letzte Thema reden, es kommt eine neue Konzernverantwortungsinitiative. Aber im Januar, das ist schon bekannt, will die alte Koalition 100'000 Unterschriften sammeln. Ich habe jetzt aber herausgefunden, um was es geht, also wie der Inhalt ist. Ich habe ein Papier von den Initianten, ich habe das veröffentlicht auf nebelspalter.ch und das Interessante und das Interessante ist, oder sie bringen genau das Gleiche wieder. Es geht ihnen wieder, wie damals, vor vier Jahren, als man das abgelehnt hat. Das Volk hat knapp Ja gesagt, aber die Stämme haben Nein gesagt. Das bringt man wieder und der zentrale Punkt, man will eben die Unternehmen vor Gericht bringen. Einerseits eine zivilrechtliche Haftung ist vorgesehen. Es gibt dann zwei Varianten, eine extremer und eine weniger extreme. Ich habe das alles veröffentlicht. Und natürlich will man auch noch eine Behörde machen, also eine verwaltungsrechtliche Aufsicht über die Firmen zu schaffen. Und es ist wieder so, dass man probiert, zu behaupten, die EU mit der neuesten Sorgfaltspflichten Richtlinie das ja auch schon machen. Aber es ist halt wieder so, wie das letzte Mal, dass die EU das gar nicht macht. Sondern dass die EU einfach ein paar Sachen festgelegt hat. Und die Mitgliedsländer, ob sie überhaupt je etwas machen, ist völlig im Leeren. Und darum ist es wieder so, man probiert, via europäische Regulierung etwas in der Schweiz einzuführen, was eigentlich sonst niemand so umsetzt. Und wir werden wieder argumentieren, warum das gegen den Wohlstand ist und eben nur ein Hobby von Studentenpolitikern ist. Das eine und das andere ist eben Demokratie. Also wir haben es abgelehnt. Und das ist eben auch genau das, als der Ansatz von Politik, wo eine linke Elite, sei es in der Verwaltung, sei es im Parlament, Sachen immer wieder probieren, Töre zu setzen gegen den Wähler. vom Wähler. Und das tätscht irgendwann ist, das ist nicht gut. Hört mal auf, ihr könnt ja auch Ideen bringen, wir haben ja einen Prozess, ein politischer, der funktioniert, aber dann müsst ihr auch akzeptieren, ihr seid ja die sogenannten Trump-Erweckten, also dann müsst ihr akzeptieren, dass man halt vielleicht Wahlniederlagen muss akzeptieren, das habt ihr ja am Trump zu Recht übrigens vor vier Jahren auch vorgeworfen, wo er sich nicht hat damit abfinden, dass er eine Wahl verloren hat. Hört auf mit dem, wir sind jetzt noch nicht, nach zehn Jahren kann man so ein Thema noch einmal bringen, aber jetzt mit dieser ständigen, ständigen Zwängerei immer wieder die gleichen Themen bringen, die die Leute eigentlich nicht wollen, das ist einfach kein gutes demokratisches Verfahren und eben, dass der Wohlstand nicht gut tut, das ist eine andere Frage, aber das ist ja auch für die Leute, die die EU so fantastisch finden und nicht sehen, wie die politische und wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen, genau wegen dem, wegen wenig oder zu wenig Demokratie, für die Leute ist es sowieso schon zu spät, die wollen das irgendwie, ich weiss auch nicht, die wollen das nicht eingesehen, gut, das ist es gewesen von Washington einfach heute oder Bern einfach mit Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalten.ch wer die Art von Journalismus gut findet, sollte unbedingt uns abonnieren, ganz, ganz wichtig und dann vielleicht noch ein zweiter Hinweis, ist mir jetzt gerade noch eingefallen, in eigener Sache, wenn ihr nochmal über Amerika nochmal etwas hören wollen, heute Abend bin ich noch mit Peter Dückeli beim Urs Gredig, direkt, Gredig direkt heisst die Sendung und da werden wir noch einmal über Jump und Amerika reden, wer sich interessiert, schaltet euch zu, weil wir sehr freuen auf SRF 1 und das dritte ist, das ist der übliche Hinweis, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr Jump gar nicht so schlecht findet, in dem Sinn, guten Abend, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, nein, jetzt ist das vierte noch, da musst du auch noch sagen, Dominik, wir haben ja noch morgen einen speziellen Auftritt für Bern einfach, um was geht's? Ja, ein Podcast-Festival in Zürich, man kann glaube ich noch kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ausstrahlen tun wir die Sendung wie üblich ab der 5 auf nebelspalten.ch oder allen gängigen Podcast-Portalen. Genau, gut, also bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.